Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von The Cat Lady und ich denke, wir nähern uns doch ziemlich dem Finale an. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir treffen uns mit dem Eye of Adam. Hier ist ein Fischtank. Können wir uns mal anschauen? Ich mag nicht, wie das Wasser ausschaut. Da ist nicht ein einziger Fisch in dem Tank. Da ist jemand in der Küche. Dann schauen wir doch mal nach. Ja, der alte Herr. Wo ist er denn? Wo ist Eye of Adam? Er ist in der Küche. Wo würde er sein? Er ist immer in der Küche. Stimmt auf die Schreine für so lange wie er kann. Schau, ich habe meine Gedanken über das. Ich möchte dir helfen. Diese Messie ist in. Es hat zu weit weg. Ich kann nicht sein, dass ich ein Teil davon sein kann. Was bist du? Wenn du nicht verstehst, er schaut uns. Jetzt kann er uns sehen. Er kann uns auf seine Kamera sehen. Er ist sehr clever mit diesem Schreine. Ich habe noch nie mit meinem Kopf über die Schreine. Ich habe nur so viel wie ich brauchte, ich glaube. Aber nicht viel. Er ist ein Schreine. Er ist ein Schreine. He knows why you're here And he will kill you Both of you But he will not kill me He won't dare All these years I've looked after him well He owes me everything It breaks my heart to do this now But what choice do I have? He left me this I was supposed to keep it for myself But I want you to take it He won't dare to kill his own father And I won't let two innocent lives be lost because of him What is it? Just take the damn thing There's not much time Didn't you hear me? He's watching Okay, was is that? Adam's father Wir nehmen die Box Sein Sohn ist der Böse What is it, Mrs. A? It's a Schubox Take it away Get rid of it He must see that I don't have it anymore Shall we open it? Äh, ja Wir öffnen es mal Und schauen, was drin ist Eine Gasmaske? Oh Gott Mitzi We have to get out of here Quickly It's a Gasmask He's going to poison us Ach so Er hatte seinem Vater eine Gasmaske gegeben Damit er sich schützen kann Wenn er wahrscheinlich, keine Ahnung Ah So ein Gas Freilässt in der Wohnung Um uns beide zu töten Aber stattdessen hat der Vater jetzt Susan und Mitzi Die Gasmaske gegeben Aber es ist nur eine Können wir nicht schnell raus? Scheiße, nee Es verteilt sich hier schon It's too late Shit Oh Shit 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 No Stop that, Adam You're going to kill your father We'll never make it to the door That room is filling up with gas Too quickly Put the mask on, Mrs. A What about you? No No I can't You've got to This is your only chance I No I can't let you die Not like this It's my fault that you're here I'm dying anyway And you You've got to live, Mrs. A You'll live and you'll be happy again You are You've been a great friend, Mrs. A Hm Nur weil sie stirbt, heißt das nicht, dass ich sie sterben lassen kann Also ich meine, nur weil sie krank ist Vielleicht können wir sowieso wieder auferstehen Ich gebe die Maske einfach Mitzi You've got a date And I'll make sure you turn up for it I can't There is no time to argue I'll be fine Now Do it Mitzi Think of a vegetable while I'm gone Er hat echt seinen Vater umgebracht Und Susan ist auch gestorben Oh, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir ja wieder leben Deswegen hat sie ja auch gesagt Eben, denk an ein An ein Gemüse Während ich weg bin Während ich fort bin Aha Wir sind auf jeden Fall wieder am Ort vom Anfang Schauen wir mal, was uns hier erwartet Sind das Was ist das? Das ist ihre Ihre Wohnung So als wären das Erinnerungsfetzen, die sie sieht Und da ist die Königin der Maden Welcome home, darling I've been waiting for you What took you so long? Say what you've got to say and let's finish this I'm tired of you Tired of all this madness I just need to get back Very well I'm not planning to keep you long Let's go inside I have one last job for you Was ist es dober hier There are still two candles left, Susan You know how this works A soul for a soul And that's it I blow out the last candle And I'll never have to see you again Only if you blow out the right one I'll never bother you again Isn't that what you want? But if you choose wrong It will be your life Extinguished forever Just take a deep breath And do it But how should I know Which one's right? That's the thing, Susan You can't know that In life You can't always know The consequences Before you make a decision Haven't you learnt that yet? That's not fair Nothing is fair You opened your heart Talking to that doctor And he butchered you Like an animal Then those disgusting cannibals They'd chop you up And cook you for dinner If you'd let them And what about the man With the flowers? All that he wanted Was to hear you play Before he split your skull open The way your husband treated you The way your neighbours laughed at you for years Just for being different You did not deserve all that And yet It happened Am I forgetting something? Oh yes Of course Most of all Was it fair that Shut up Just shut up You ugly bitch Now I know who you really are All those feelings I had in me for years That bitter guilt and self-pity That hatred for myself And everyone else You are that miserable illness That's consumed my heart all these years You Always there Always Every day I looked at you in the mirror Like a dark cloud I couldn't see through I let you take control of my life I believed it was right to feel like this But not any longer This ends here Then blow out the candle Oh Keine Ahnung Also auf jeden Fall Ist sowas Also ist die Königin der Maden Würde ich sagen Sowas wie All die dunklen Gedanken Die wir haben Verkörperlicht In dieser anderen Welt Aber welches soll ich jetzt nehmen? Oh Gott Ich nehme die Oh echt? Tomato is a fruit, silly Who cares? I like tomatoes So do I But I hate to disappoint you But I was really thinking of onions Why onions? They're the saddest of the vegetables, of course They make people cry I What happened, Mrs. A I saw you die And yet You're here Alive Like If nothing's ever happened Well Let's put it this way Everyone knows cats have nine lives So do cat ladies, apparently But this time I feel there won't be second chances I'm down to one last life now I can't afford to waste it You are such a nutter, Mrs. A You are absolutely fucking bonkers But I'm so happy to see you Never ever do that to me again, alright? I can happily promise you that, Mitzi Hm This is it His room is through that door It's time to face the eye of Adam What are we waiting for? Let's do it Oh, ich darf sogar nochmal Dann speichere ich nochmal Zur Sicherheit So Okay Aufregend Das sind überall Fotos Or You're You're the eye of Adam A pathetic Wheelchair bound invalid Is this a joke? Do you Do you know who I am? Do you know what you've done to me? Oh oh You fucking murderer Nein, 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 nein Tonight it's your turn to die I'm gonna paint this room with your brains And I'm gonna watch And smile I swear to God, I'll do it Das ist unsere Aufgabe Ich glaub nicht, dass sie das tun sollten Nothing to say Nothing at all Aren't you going to beg for your Sad little life? Say something Anything Mitzi Where did you get that gun from? It doesn't matter Please, Mrs. A This is something I have to do You are free to leave If you want You don't have to be a part of it Just try to understand Beg for forgiveness, you scum What the fuck is wrong with you? You don't believe I'm gonna shoot you, do you? Oh, I've dreamt of this moment for so long Look at this man, Mitzi He hasn't twitched a muscle since we entered the room I think he's paralyzed That's... That's impossible He's lying to us He's faking it Do something Talk for God's sake I need you to answer me I need to know He won't answer you He can't talk Then How did he post all that stuff online? What the... Huh? How did he do it? I think I know how See that little device on his left eye? I've heard about these I've heard about these It's a controller It seems The only part of his body he can move Is his eyeball Controller connected to the computer Tracks its movement Allowing him to What? That's ridiculous How do you even know such things? I'm a nurse? I've seen these before Well I've seen eye-controlled wheelchairs But there's no reason why it wouldn't work with a computer Jesus That would explain the whole Eye of Adam thing He really is just the Eye But No That doesn't change anything He must die He deserves nothing more Oh man, I don't know What? You arrogant shit I will fucking do it Just tell me one thing One thing Why? Why did you make Jack kill himself? Oh, die machen es aber spannend mit dieser Tastatur, ey Bitte Ohohoho Erschieß mich und du wirst es wissen? Wie? Oh, achso. Guck dir diese Sauerstofftanks an. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast mich angelogen. Du hast nie gesagt, dass du ihn töten willst. Ich nehme mal das Erste, würde ich sagen. Nein, nein, nein. Mitzi, das ist nicht das, was ich meine. Juste, bitte, bitte, für einen Moment. Nein, nein. Ich kann nicht das, Mrs. A. Ich bin sorry.